Im ersten Block mit der Technik Sie werden auch in der Menge auf dem Aufstarten mit der Anerkennung in derท席 skrime S1 S2 S3 S4 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 S5 S4 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 Hier mit einer heißen Füße nach dem Haus der Ehrböcke, die Wagen waren ganz betreffend. Wenn das Briechen muss, wenn es selbst neue Frühe, die Brocke ist, ist weg. Wir haben die Begründung als erstes, weil die DG brauchen kann. Und Pascal, mach nochmal auf. Beeindruckend, oder? Die Geschwindigkeit. So, direkt zum Programm für mein Glück, in einer Generation 2. Dann werden wir jetzt ein bisschen höher, wenn wir jetzt vor mir da abgeschütteln. Dann machen wir den Veranstaltungen ein bisschen drüben. Also, in dieser Moment ist ein bisschen drüben. Einfach mal machen. Die A10 ist die CSK-Hausung. Hersteller ist die für die Geheimdienste der Naturgix. Und die Interaktiven der Kompassaden. Steffen, die Preise wieder nach links. Danke. Geh mal, das Ju. Ja, dauernd Antrieb. Wie gesagt, aus dem C-Piton kann auch an Antrieb und sogar Schleppenflug. Wie man sieht. Ja, das ist gleich. Das ist eine spannende Idee. Da gibt es mehr Gas oder wir steigen zu aus. Das ist schon ein bisschen im Tod. Das ist ein Hügelrad. Das ist ein thekertes Ding der Höhe der Rüder. Das ist ein Quettaum, Oberung der Bühneradung im Kurs. Und das ist ein viel Hügelrad. Pascal, geh du raus und mach was! Die Rade ist da, schon wieder gleich in der Versammlung. Die Rade wird 80, 90, 50, 50, 100,000. Die Rade ist in der Versammlung, die gewinnt sich über 50 Kilogramm. Wir machen den Rade am Ende. Bist du ja? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.